um ich bin ein paar Schülchen wie lange brauchst du noch schießt die Bauern immer weiter okay aber bald kann man erwischen mit dem Bogen mit der Adria und der Adria Linkic Alexi Köhler was ich hab noch drei mal da oben sind auch relativ ich würde da auf der Ebene bleiben und Gott war es also ganz ohne 2 das war richtig viele Schülchen also Pilze ja ich hab gerade verwendet ich kann immer hier um die Farm zu bauen so dass sie da das nicht anschließen können die können die kaputt machen so dass wenn die Hälfte sammeln nicht untergeschossen werden können an was einmal werde ich auch eingetroffen habe eingetroffen ist immer gefallen schade schon wieder was soll der Scheiß Hä user left your channel ok wir sollten unsere Pfeile vielleicht nicht ganz gut verschwenden wenn sie näher dran sind guck mal ich guck an user left your channel lol user joint your channel ey ihr sollt mich pardon kurz hier Skuma kannst du mich kurz pardon ah ich kann warte was kann ich äh ich hab sie irritiert wo sind die wo sind die jetzt äh warte mal wirst du mit CK mit CK am Ende nein mit K mit großem A ne groß ist P groß ist A das ist egal so versuch's jetzt hast du ja 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 okay am besten keine Pfeile mehr verschwinden weil ja dann wiegen die sich jetzt erstmal an Sicherheit wenn die jetzt hier rüber kommen und dann irgendwann kommen wir so Alex bist du noch auf der Ebene da ja ne ich bin schon weiter oben okay ihr seid jetzt ganz oben einer von euch soll ich jetzt ein paar Stufen abschlagen und runter gehen ja obwohl dürfen wir was fliegend machen ja ich mach immer nur so eins Alter die bauen sich näher dran ja 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 das sollen sie ja dann können wir sie besser erwischen ja ich hab nur ein Pfeiler bin ich ganz fliegend Alter ich seh die Sonne unter der Welt aufgehen Alter wer hat uns abgeschossen ja der Typ als sei schrecklich Viele ich hab's überlebt ich hab's TMI ich hab's überlebt ich hab's TMI gemacht er ist hinter dir dies ist aus normalen ehemalst du er auch nur jahren warum was ist denn da oben gemacht er ist es irgendwie oder untergeschossen ich wollte stufen abbauen das so warum willst du für die sich freut jetzt wird zwei gegen vier es kann man er reißen das Ding noch eindeutig definitiv die Hürwig Stürkne sie ist aus ist er echt hier ist es halt nicht mehr auf so farbe nicht so lange fliegen und bunt der Prozent gibt die Treppe unter der sich eben hoch gebaut hat in der Zeit können wir uns theoretisch auch da lang bauen so lange wir in der Beschuss stehen also wenn er wenn sie sich weiter runter wollen bauen wir uns glaube ich schnell darüber ich glaube die betonen uns doch auf schnell weil die werden nicht so dumm sein ok das das heißt wir bauen uns jetzt darüber oder was erhält muss wir sagen weit unten so sind sie ist nicht so ganz alt aus sich als gehen wieder hoch oder also so ein Blickwinkel ich sehe sie konnten nicht worüber kommen die ersten und die dagegen gerade zwei hoch verdammt es ist eine so eine richtig schöne Camper von der wer ist das ach Pixel ich glaube ich geh mal ein bisschen runter das sind nicht nur allzu dumme Ideen ich ähm ach Christoph hattest du gute Sachen ach ne ich glaube die die kämpften ja die waren da unten gekämpft oder ja ah Mist keine Chance dann sind wir ja gut beim letzten pvp ist verschließt besser ok da warst du mit unserem Team oder ach ist denn ach da ist einer da unten oder was ja die bauen sich langsam hier hoch langsam aber sicher es wird seltsam wenn ich einen Block an die Seite des Blocks platzieren dann wird da auf einmal irgendwie drüber gesetzt ich könnte ich könnte gerade von ganz oben auf die Plattform da unten Lava fließen lassen da ist er ja gerade obwohl der macht er selber auch gerade oder was ne ich mach gerade ich hab schon gerade noch Lava da ist deine Räuter gefallen ja ok einer von ihnen weg scheiße ok die bauen sich immer noch weiter ja ich hab ihn runter geschossen ja 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 ok 2 gegen 2 oh wie geil vor allem ich hab den Pfeil durch die Lava geschossen und deswegen ist er dann so angebrannt oh nein die haben immer noch Not boah alter wie geil ihr reißt das Ding noch ihr reißt das Ding vor allem ist es gut mal gar nichts gemacht ich hab gesehen dass Bray einfach so runtergefahren vor allem dann sieht man in deiner Aufnahme so nur ganz kurz ja ich treffe ihn jetzt ohne Bray aufnahme wie du ihn runter schubst wahrscheinlich stimmt richtig äh schießt sich gerade jemand ab oh alter ja boah alter domse nicht so nah ja bitte da drüben alter das das sind diese blöden Camper ich will nur wissen was die was einen Pfeil von denen sie macht ja es bringt nichts es bringt nichts wenn wir die abschießen weil auch wenn sie wenig herzen haben ja er baut sich weiter das ist der das ist der perfekte Moment ja ok er kriegt Angst uuuu ich glaub er konzentriert sich mehr auf mich uuuu wenn er wegrennt dann bist du ja nicht ähm ich muss gleich mal einen Blick auf Dom- äh auf Nordop werfen ach der Umgang genug Pfeiler habt ja ich hoffe mal einfach ach ich gehe mal als erlern weg er hat nicht mehr viel Leben so ne Pussy ja oder er macht einfach was macht der ja er macht es einfach richtig natürlich ja ja er ist nicht schießen lohnt sich nicht ok rennt weg ok nein ey mojan nicht was sagen Entschuldigung nicht sagen ok aber wir müssen böse böse ja aber das war ja jetzt dürfen wir selber gesehen wieviel Pfeiler hast du noch ich hab noch zwei Pfeiler oh mein Gott ich denk doch mal sagen dass die wenig Pfeiler haben oder Ficksel ja und soviel Mojang zu fohlen legt das Zeug oben in die Kiste ok ich hab 16 Pfeile nur noch ich hab's oben in die Kiste gelegt was brauchen wir noch für Pfeile wir haben 10 Federn ja aber ich hab wir haben alle verbraucht sind dafür haben wir Keyes haben wir Keyes ich glaube nicht sonst hätten wir auch irgendwas oh nein tu nicht hoffentlich noch mal bitte tolle Daumen vor dem ah ah danke äh naja ok da kommt immer näher ok aber jetzt immer noch nicht schießen ok also theoretisch kann er nicht abschießen weil die Rüstung wird eine Weile halten äh hä na komm schieß warum schreibt NoDrop Cheater verloren raus du woher weil ich Regen ausgestellt hab achso oh wenn er unbedingt möchte der Regen an ist na gut das äh guck mal dass die Sache ist je näher uns kommt desto leichter können wir ihn treffen also ja aber immer noch auf äh warte wie viel Pfeiler hast du jetzt noch ich hab noch zwei also wirklich ok dann gebe ich dir die Hälfte von mir mal ab ok sehr sozial ok dann hast du jetzt 9 ich hab 10 und wenn er nur eine Anke und die schießen ja ständig noch welche da kommen bestimmt auch noch welche an ja auch hier ist einer mein Pfeil kommt bitte in den Pfeil ja und schon wird er wieder getroffen gefangen komm schon schieß mich ab schieß mich ab lieber nicht schieß mich ins Gesicht Pilze es wird so machen äh typischen äh letzte Nacht äh Dialog an mal den Zoffen nicht untergedreht na komm nafti hier bin ich ja danke es kalt mich auf ja feil umsonst feil umsonst feil umsonst so ein so ein so ein in der in der Mellauer macht's echt gut so äh was können wir hier noch machen oh wir haben noch einen Bogen ach so wir haben ja alle Bogen wir haben noch einen Bogen wir haben noch einen Bogen hallo Problem mit mir nein 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 wo ist denn eigentlich der andere wir konzentrieren uns grad nur auf den ja der andere ist der hat glaube ich unten ich werde mal ein bisschen wasser kippen einfach mal um zu sehen was passiert aber so ein bisschen voll die Aufregung hier rein zu gehen ja ich sehe ich sehe wo bist wo bist du denn ich bin in die Sack und nix ich muss nicht danach mal erzählen und ich ähm äh ok er kommt immer näher ich bin also lohnt es sich eure äh sich zu sehen ach du schon alter du hast ein schlechtes Gefühl alter ich muss auch ich muss auch falsch äh wir müssen echt so einen Fahrstuhl machen und wenn sie dann ist es mir erlaubt aus äh damit es nicht so leckt äh das Wetter in Optifine auszustellen ok wir müssen jetzt mal aufpassen er ist bald drüben ja mhm stimmt hallo ist es mir ach scheiße danke für zwei Pfeile Naftji richtig sozial von hier warum habt ihr eure Deckung abgebaut damit ich ein besserer Treffer aber ich wollte nur gucken wie das aussieht dankeschön fuck ich kann gar keine Lava ähm pass auf ich mach jetzt hier ein Loch rein platzier da Lava ich sehe nicht dass du da gleich reinfällst hm alter das das macht nicht voll nach dass die Lava dann automatisch aus dem Ding ins Block platziert ok er kommt immer näher immer näher naja dann braucht es ihn ab unter wenn er kommt so einfach ist das mit Alter ich sehe was braucht er sich da hoch weil ich kann eh man kann durch den Bug ähm kann man spieler hinter dem Leben das ist weiß das sieht weiß aus ja genau das heißt was macht ihr da was könnte das aussehen ich kann es nicht nachvollziehen ja oder wenn wenn ich mich wollen wir dann gleichzeitig auf den auf der Brücke schießen fuck aber ich muss aufpassen ja äh ich würde sagen ja gibt ja ein kurzen wer Ray Ray hat auf uns geschossen ja ehrlich der ist doch draußen ne ja na klar der ist auch im creative mode oh Spaß das kommt nicht gerade zum ja das ist Alter das gibt's doch nicht zu wow da wäre ich fast angefangen ok ich würde sagen auf ihn schießen beziehungsweise sieht ein bisschen aus als ob er im creative wäre aber ne das ist Weltleder von 0 also solange Naftji zu uns rüberkommt ist alles in Ordnung weil ähm wir haben immer noch die Vorhandlungen weil das ist unser Territorium hier ja das ist schon wahr okay terrarium 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 hallö ich hörtschieß mich auf Naftji hier bin ich hier bin ich ja schießt auf mich schießt auf mich da bin ich wie siehts eigentlich mit euren Rüstungswerten aus wenn ihr euch so auf den Fressenballon macht super also ich hab noch mindestens ein auch scheiße wo okay ja würde ich sagen nein fuck oh nein was machst du denn ich wurde runtergeschossen fuck ich wurde runtergeschossen scheiße ja ja Alex feuerfrei würde ich sagen scheiße ich bin immer drin wie mach ich kann ich Game Mode machen bin ich überhaupt ok nicht ja versuch doch einfach in Urlaub zu schießen der hat die ganze Zeit von äh unserem freund hier ja versuch es da wo du sicher bist okay jetzt kommt alles auf dich an ach du scheiße oh stimmt ja 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 nein nein ach er hat glaube ich besser gemacht oder das ist schlau ach ich hab keinen Pfeiler mehr scheiße okay ich muss sagen das ist schlau das ist natürlich das habe ich schon seit der letzten Aufnahme gesehen dass er es macht ach so und da ist Naftji ach du scheiße ich werde umziehen ich muss Rückzug machen ohne Spaß ne ja wenn du jetzt runter gehst dann dann schießen die dich runter nein mach doch keinen Rückzug keine Panik keine Panik keine Panik was soll ich denn machen hast du denn noch Pfeile ja du musst ihn gleich runter schlagen ich hab keine Pfeile dann musst du versuchen ihn runterzuschlagen ja klar hallo ich werde an zwei Seiten hier gerade anfangen okay hier äh NoPol nein mach es nicht da bist du tot versuch grad mal NoPol runterzuschießen der ist ziemlich obwohl ach hör nicht auf mich ich hab keine Pfeiler mehr ach so scheiße okay da ist immer noch ein Diamantschwert und ne Rüstung ach du scheiße irgendwann einen musst du von den Unterboxen musst gucken wen dann halt ne guck einfach wer näher ist will jetzt nichts sagen aber pass auf ja ich weiß das nur ob da ist opticsHS ja okay ich muss sagen NoPol ist echt schlau also das hier daran hätt ich jetzt eigentlich nicht gedacht der Uhr Medical Expert ach scheiße mal merk ich das ist schon epischer Kampf jetzt epischer Moment komm man ey oh man oh man oh man oh man oh oh Watch out wer kommt jetzt Alex pass auf du scheiße Öl du kunu yipi de hu Nein! Kacke! Versuch raus, nicht fast auszubeuchen! Nach rechts! So, also das war's von meiner Seite aus. Ja, vielen Dank fürs Ansehen, dass wir bei diesem Wetter hier dabei warten zu weiter und ja, okay. Glückwunsch an den Erwinner und ja, von meiner Seite. Tschüss! So, ich spende die Aufnahme durch. Tschüss! Oh, ich bin die Aufnahme auch. Ciao!